Wo liegen die besten Ski-Ressorts im Alpenraum? Wer hat die aufregendsten Pisten? Wer die komfortabelsten Lifte? Und wo liegen die Après-Ski-Hotspots? Rechtzeitig zum Winterstart gab es dazu kompetente Antworten bei der feierlichen Award-Verleihung zur Studie Best-Ski-Ressort 2014 in Zürich. 48.000 Skifahrer und Snowboarder in 55 ausgewählten Top-Ski-Gebieten in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz werden dafür im Zwei-Jahres-Rhythmus befragt. Den begehrtesten Platz auf dem Siegertreppchen in der kategorieübergreifenden Gesamtauswertung sicherte sich Zermatt in der Schweiz. Gefolgt vom Tiroler Skigebiet Zerfaus Fesladis auf Rang 2 und dem drittplatzierten Ressort Arosa im Schweizer Kanton Graubünden. Skifahren auf 360 Kilometer in Zermatt, das schlägt offensichtlich alle Rekorde. Das höchstgelegene Skigebiet Europas punktet mit Vielfalt und Schneesicherheit. Auch ein Platz 1 ist kein Punkt, wo man sich, oder Lorbeeren, worauf man sich ausruhen soll, sondern es ist wichtig, dass jeder Leistungsträger an einem Ort seine Aufgabe macht, auch in Zukunft sich weiterentwickelt und versucht, den Standard, den man erreicht hat, weiterzubringen und immer besser zu werden.